Wir sehen diese Zeit jedes Jahr herbeisehen, weil das der Kern ist, worauf wir das ganze Jahr arbeiten. Darum werden wir sicher absolut ready sein. TV-Spiele machen das Ganze nochmals etwas Besonderes. Man weiss, dass viele Leute auch extern zuschauen und am Fernseh sitzen werden. Das macht es natürlich noch viel spannender und wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir so ein Fernsehspiel austragen dürfen. Wir finden, der HCR hat sich extrem gut entwickelt in den letzten Jahren. Sie sind eine ganz attraktive Mannschaft und wir finden, den Spielstil, den sie haben, ist sicher sehr gut für uns, weil viel Kontrolle im Spiel ist, auch auf ihrer Seite, und wir so ein sehr gepflegtes Unihockey spielen können. Marco Luis hat sich bei uns als sehr wichtiger Stammspieler entwickelt. Er ist Leistungsträger bei uns, er ist Captain bei uns, weil er sowohl technisch wie auch taktisch auf allem höchsten Level agiert. Und wir sind sehr froh, spielt er in unserem Team und nicht irgendwo anders.